Es ist ein Rosenstromen aus einer Wurzelzeit, als uns die alten Sohnen von jetzig an die Art und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winde wohl zu der halben Nacht. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine, Marie, die Leidemacht. Aus Gottes ewigem Rat hat sie ein Kind geboren, welches uns seelisch macht. O Jesu, bis zum Scheiden aus diesem Lammertag, lass dein Hilf uns geleiten hin in dem Freundenssaal. In deines Vaters Reich, da wird ich ewig loben, O Gott, uns das Verleih.